guten tag ihr freshen boys und girls herzlich willkommen back to motor world ich habe eine message bekommen hi i'm level 11 and i just added you as a friend yeah ja das ist natürlich sehr cool reply und wir schreiben tap to ride return check brauchen wir nicht läuft junge bei dir läuft check ja geh weg so ach kommt leute hier meine zu meinen homies gehe ich jetzt noch mal ran und ich sende ihm ein gift und dann geht es zum nächsten dann senden wir dark rage zum beispiel ein gift ja weil wir das so gerne machen hier zack einfach mal ein gift gesandet ihr kommt gibt ihr krieg ja auch immer gerne welche von daher passt das schon so ansonsten werde ich mir gucken oh ja leute leute was geht denn hier sehr gut war natürlich jetzt unklever das gerade zu machen weil ich meine donuts eh voll habe aber gut so ist das halt ein spion erwischt alter geht es hier gleich richtig zur sache guckt mal euch hier bitte meinen neuen bastardo an er ist ein untoter und das geile daran ist guckt euch bitte das mal an der hat richtig viel ausdauer das heißt also ehe der erst mal die hufe hochreißt und nichts mehr zu essen hat ist eine weile unterwegs so jetzt zeige ich euch mal was ich vorhatte ich mach mal mein ipad ein bisschen tiefer oh das ist schon ganz schön tief aber ich glaube das sollte passen dann stört euch das nicht so krass im bild und dann läuft das so und zwar folgende sache ich habe hier ganz schön viele von denen schon gebaut die kosten ja ich zeige euch das gleich mal also erst mal zeige ich euch hier wie viel auto sich mittlerweile hier so an den start gebracht habe ja das ist schon ziemlich nice bis hierhin eben alles komplett voll die hier fehlen mir noch komplett mal gucken ja okay das ist natürlich auch easy peasy kann man natürlich dann erst mal acht stück davon bilden dass man da dann ein bisschen weiter kommt aber grundsätzlich gehe ich halt wirklich auf diese taktik ich scroll einfach mal hier so hoch und dann seht ihr ja was hier so auto technisch machbar ist klar und dann wundert man sich auch manchmal und sagt sich naja irgendwie welche oben die hat man dann und dann andere wieder noch gar nicht also das ist alles schon ein bisschen sehr kurios manchmal aber sieht aus wie ein schwanz aber egal hat keiner gehört hat keiner gehört so hier den buggy habe ich auch schon und das war es dann glaube ich schon fast nicht hier der ist auch okay aber naja ist ja gibt bessere so jetzt gucken wir mal ob wir komplett haben wir hier hier genau richtig teuer richtig teuer der bush master aber naja so jetzt kommen wir ja jetzt müsste man so gut wie durch sein 304 autos könnte man bauen und zwar folgende sache ich gehe rein ich gehe auf nähe auf collections blödsinn ich würde gerne ein auto bauen und dann guckt ihr mal also ich sage immer kosten nutzen klar also was kostet mich das auto wenn es mich natürlich viel kostet bringt es mir natürlich auch viel klar weil ein auto was viel kostet kann natürlich auch teuer verkauft werden da muss man aber schauen ich habe mich eine ganze zeit lang mit kleinen moment diesen arti diesen hier den arti micro ev gekauft weil der nur 150 work points hat und aber 1200 dollar kostet und somit halt richtig viel cash in the cash bringt und jetzt dachte ich mir richtig geil ist natürlich auch also da müsst ihr immer darauf achten meiner meinung nach guckt mal hier bestes beispiel ja best allerbestes beispiel ihr seht hier dass zum beispiel der magnolia turbo hat 600 work points die ihr sozusagen reinstecken müsst und bekommt effektiv nur ein auto was 3.800 kostet und ich sage jetzt mal ungefähr ein drittel mehr kriegt man raus oder vielleicht sogar das doppelte raus unterschiedlich wenn ich aber etwas über das doppelte reinstecke an arbeitszeit dann kann ich mir ein auto für 25.000 kaufen ich glaube ist alles klar oder was natürlich dann wieder für viel viel mehr verkauft werden kann so das machen wir jetzt mal und ich habe ich kein daily gift bekommen oder habe ich das heute früh schon komplett weggerazert nee zwei items ja genau genau ach komm leute hier geben wir gleich dir beides hier dann passt das schon und dann läuft das hier mal bitte bei dir mädchen dünn 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 mal da so und bei den autos kann man das sehr gut machen dann stelle ich hier auf green zack kann man nämlich gleich das nächste bauen und das geht schon richtig gut dass man zwei sachen zeitgleich baut das läuft also das ist ganz nice boah das läuft jetzt gut mit der hand hier kommt man kommt man gut ran so jetzt kann man nämlich gleich hier zack nebenbei mein frankenstein hier noch schön am arbeiten am workern so zack und den sein brain bewegt sich auch wenn er wenn er hin und her rennt das ist ja bei den anderen sind halt die hüte die sich bewegen und bei ihm ist es schön das gehirn alter läuft bei ihm junge läuft bei ihm direkt aus dem kopf raus so zack 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 für die die das noch nicht kennen guckt einfach in einer playlist ich habe das in einer playlist drin dass ihr da eventuell reinkommt und ansonsten gucke ich mal dass ich auch den link wieder runter haue und das video unter der ihr bestellen unter ihr der ihr das nicht bestellen sondern runterladen könnt dann habt ihr gleichzeitig ein paar donuts mehr ich kriege natürlich dann auch donuts und ich glaube ein paar mystical cards auch noch also ich mache das nicht uneigennützig also da kann man wie gesagt ist auch immer wieder so eine sache da kann man darauf hinweisen da kann man einfach sagen ey pass auf car upgraded wurde also jetzt eine gewisse anzahl davon gebaut dann ist das auto für mich noch mehr profit den ich da bekomme pro auto das heißt also ich kriege einen größeren gewinnanteil da dran und das ist natürlich mega geil und gleich gleich seht ihr was hier noch dann passieren kann weil ich setze den preis dann natürlich noch mal höher als den ganz normalen standardpreis weil ich sage mir die zeit habe ich das stört mich nicht ich habe jetzt mittlerweile genug verkaufsfläche und dann habe ich mir jetzt als ich dann eben ein bisschen kohle hatte habe ich mir halt schon diesen untoten hier halt davon gegönnt der hat irgendwie 900 noch was 1000 gekostet und und ja ich denke mal ist er wert hat man halt eben einen guten arbeiter gleich wieder dabei so gucken wir mal hier safety innovation ohje ist nicht viel passiert würde ich sagen aber egal stört uns gar nicht finde ich geil dass immer noch so viele davon das eben auch noch mit zocken und auch fragen oh hier können wir nicht weiter kommen wir nicht weiter und das das ist schön also wie gesagt weil das was einem spaß macht kann man immer spielen wie gesagt ihr werdet mich halt eben zum beispiel nicht minecraft spielen sehen weil ist halt so eine sache also ich kann mir gut vorstellen dass das grundsätzlich auch richtig laune macht minecraft von diesem baumechanismus her garantiert aber ja ich bin da irgendwie schon vorbei an dem thema sage ich jetzt mal also da bin ich nicht so drin und dann hat sich das für mich erledigt sage ich mal so hier bauen wir den nächsten gleich noch mal hier kleinen mäuschens hier zack läuft bei ihm und das ist schon ziemlich ziemlich cool und jetzt sieht man eben auch wirklich dass es auch weiter geht hier also weil sonst wenn man halt wirklich so ein auto hat was irgendwie was weiß ich 200.000 workpoints hat Arbeitet das ewig oder ist wieder der alter was ja gut erwischt Arbeitet es halt ewig weil das auto nicht fertig wird klar weil da so viele Arbeitsstunden reingehen sozusagen und das ist natürlich dann für ein video doof und jetzt seht ihr aber hier wie es richtig abspleashert und dann macht das richtig laune so ihr arbeiter ihr sollt da mal ein bisschen werken ja work 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 so zack dann noch ein tipp an euch wenn ihr eventuell genug Donuts noch habt und aber sagt was für sich Mama ruft und sagt ey hier komm essen junge so dann könnt ihr das auch so machen dass ihr die Donuts verwendet um die leute halt zu füttern feed 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 einfach drücken dann sind halt zwar die Donuts weg aber die steigen viel schneller mit dem level auf heißt heißt wenn ich halt weiß gut okay kommen die Donuts verballere ich jetzt nicht mehr dann investiere ich die einfach in futter für meine Arbeiter und dann passt das und jetzt gucken wir mal jetzt ist der gleich ready und dann gucken wir mal wie das alles hier so abläuft Ob tat alle dann so passt und jetzt müsste ich eigentlich Na noch hat da platz so jetzt gucken wir mal Hier oder steht schon einiges jo junge Kommt das eine können wir uns jetzt kommt das eine können wir uns jetzt auch noch hier kann man dann direkt darauf klicken Ist man schneller da Den nächsten gehen wir uns noch mal hier ja und gleich runtergeflogen du dumme sau Zack Wie gesagt grafisch der letzte kack aber es macht einfach gaudi Es macht einfach mal gaudi und wie gesagt die leutchen die dann mit mir eben noch am spielen sind Ich finde es auch zu mir ziemlich geil dass man hier halt rennen gegeneinander fahren kann das könnten wir mal gucken ob Vielleicht ist wirklich gerade jemand online glaube ich aber eher weniger News report den klicke ich eigentlich mittlerweile immer weg Zack Zack läuft Sehr geil So jetzt sind meine donuts leer Stört mich aber nicht mein auto wird definitiv noch fertig da konnten wir richtig was reißen und jetzt gehen wir gleich zu den autos Und werden die im preis so exorbitant in die höhe schrauben dass wir da richtig richtig geld für bekommen weil wir haben ja nur noch 94.000 Dollarschins und da das natürlich nicht so schön klar Alter ich habe schon eine million An Erfahrungspunkten Krasses pferd junge so Die haben wir Nicht neu gebaut Auch nicht Sondern hier fängt es an wir könnten für 64.000 verkaufen ihr wisst wir haben sie gebaut Für 25 Das heißt ist natürlich mega geil aber man muss auch dazu sagen hier spielt auch die qualität eine rolle ich meine wenn die qualität auf 96 ist ist klar wir merken Wir merken uns kurz 64.000 Ich gehe jetzt mal schön nach oben ich werde sie nicht für diesen preis verkaufen ich drücke trotzdem Okay falls ich nämlich ein paar tage lang nicht online sein sollte bei dem spiel Habe ich halt die möglichkeit dann für den besten preis halt oder für den höchsten preis zu verkaufen wenn ich sage ich jetzt mal morgen früh wieder bock drauf habe und sage ich komm kurz nach dem aufstehen eine runde Motorworld muss sein dann kann ich den preis natürlich danach wieder einfach runtersetzen und fertig und es wäre einfach doof wenn du nicht Gleich die nächste stunde online bist dann diesen preis nicht nicht hochzusetzen das wäre einfach blödsinn so zack 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 haben wir hier 99.000 und wenn wir das mal vergleichen mit den ersten die haben genau die haben nichts mehr drinne Also ich habe nicht irgendwelche optionen noch dazu gekauft und die sind nur bei 87.000 das heißt einfach noch mal 12k mehr Pro auto das ist schon richtig flott würde ich sagen passt Das war's dazu jetzt gucken wir noch mal kurz ins social rein Ne blödsinn social blödsinn ich guck mal was eine quest sagt weil da kriegt man natürlich zeitlich richtig was gerissen Anni da hatte ich noch eine quest angefangen die die fand ich aber nicht so toll deswegen brauchen wir die nicht irgendwann Ja nehmen Jo das war's dazu jetzt wisst ihr wieder wie es da ausschaut Ich packe euch den link definitiv rein den ich schreibe mir das jetzt auf kleinen moment Da könnt ihr das wie gesagt unten in der video beschreibung unter dem link direkt downloaden Dann kriegt ihr ich guck mal noch mal kurz rein wie gesagt da mache ich kein geheimnis und zwar social und dann referral unter dem code Beziehungsweise dienen den 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 code schicke ich euch dann noch mal als link könnt darauf klicken mittlerweile sind es 21 player 8,8 k K 8,8 millionen fans Läuft auf jeden fall also wirklich geiles spiel und jetzt seht ihr hier die 72 42 Da werde ich das wurde mir auch von einem abonnenten gesagt Der sagt naja dann kauf du doch da mal was bestimmtes und zwar ich muss mal gerade überlegen ich glaube bei den Workern und zwar Kurz mal den spion abgegriffen hier und hier Wo war denn das das war doch hier Achso nie man konnte Wenn man wenn man sich die 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 neuen wenn man wenn man autos im bau hat mache 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 ich jetzt einfach mal ist ja vollkommen egal Hier all Zack all Ja football final da mache ich gar nichts watch the final blablabla Egal Geht natürlich mega schnell und die werden meine Donuts nicht so schnell auffuttern Egal den lassen wir mal durchlaufen hier Kann ich die soweit voll machen hier Nee speed up brauchen wir auch nicht Ja jetzt müsste ich halt kaufen mache ich natürlich nicht so zack mache ich mal noch ein ob es was bringt ist egal Wenn ich jetzt nicht sage ich will noch einen zusätzlichen worker nehmen müsste der mir die gleich anbieten Genau und dann könnte ich glaube ich Den will ich nicht Den will ich nicht Wo habe ich das denn Ist das in Habe ich jetzt gerade ein brett vorm kopf auf jeden fall gibt es eine funktion dass man sagen kann ich will mir halt den den Bauarbeiter kaufen Da da habe ich so und da sagte ich mir halt eben ein abonnent Dann kauf dir doch mal das bandy pack Da hast du immer einen guten Arbeiter mit drin Hier der hund wäre geil der hund wäre richtig episch Das wäre richtig cool gucken wir mal ich klicke mal rauf ja ja genau würde ich kaufen Nee lass mal Und weil nämlich sonst müsste man hier jetzt zum beispiel er sagte nämlich wenn man die in ingenieure Sozusagen investiert Das kostet ja 15 Und das ist nicht so der knüller sagt er Da ist es dann besser so ein bandy pack zu nehmen und dann gucken wir mal ob das Was bringt hoffen was mal Und das werdet ihr eventuell beim nächsten mal sehen ich hoffe es hat euch gefallen wenn dem so ist einfach einen daumen nach oben da lassen Oder wenn er halt sagt ey komm Das ist Mist aber wie gesagt wenn wenn ihr halt zum beispiel sagt Ey das ist totaler mist dann wirklich die folge einfach nicht gucken dass das tut ja nicht weh es ist ja nicht so dass man sagen muss Oh hier Jetzt kommt die folge und jetzt muss ich sterben weil ich mir die angucken muss so ist es ja auch nicht Jetzt muss ich diesen Sackarsch suchen Mit seiner scheiß batman maske Ich bin batman Ah scheiße der airbag wird erstmal schön gekauft Das ist doch der typ hier oder Der kleine fraggle Ach egal Nee eigentlich ist es nicht egal Ja bastel Ach komm dann haben wir Machen wir die hier Na nun komm Den hoch Achso jetzt das war's schon Jo Das soll es für die folge gewesen sein ich hoffe ihr hattet spaß und ich wünsche euch was Ciao 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 Ciao